Stopp Isolation! Stopp Isolation! Kein Mensch ist in Iran! Stopp Isolation! Migration entscheidet alles für uns. Die ganze Ablehnung, die ganze negative Entscheiß kommt von da. Es geht nicht mal weiter zu sehen, weil die uns keine Chance geben. Was machen die dafür? Gucken auf Fenster und lachen uns aus. Was für Türk muss ein Mensch haben, dass er auf 10 Punkt Gedanken kommt? Wer schenkt uns das für deine Brüder? Und die anderen sagen, das ist eine Show. Bist du ein Mensch? Willi Müller, bist du ein Mensch? Nehmt mal eine Woche mit uns, dann wird es sehen, wie es dir geht. Mit 6, 8 Franken pro Tag. Bis es eine Lösung gibt. Bis was verendet wird. Und ich sage euch, es werden immer wie mehr Leute. Wir bekommen immer mehr Rücken. Und wir werden immer wie mehr Stärke. Und dann müssen wir verendet werden. Ob wir wollen oder nicht. Menschen! Stopp Isolation! Stopp Isolation! Stopp Isolation! Stopp Isolation! Stopp Isolation! Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Mann!